und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge ghost in the shell stand alone complex first assault online zusammen mit dem ollie n hallo und wir spielen mal wieder eine kleine zerstörung das können wir am besten dinge kaputt machen darin sind wir gut ich probiere übrigens jetzt gerade mal die ak 47 in the house aus ja das was was alles beliebt ist kann nicht verkehrt sein warte ich mach mal rauch nein 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 ach so das warst du ich hab da habe ich auf dich geschossen erst einmal den gegner hinten verfehlt und dann bist du mir im nebel begegnet ich habe gedacht das wäre ein gegner und dann wurde ich von dem anderen erschossen hast du auf mich auf mich geschossen du sack jetzt hätten wir es fast so schön geschafft so bin ich alter teamkiller vorsicht die haben diese clock fähigkeit aktiviert das steht schon da unten den hammer abschaltung dann habe ich ja sehr gut ich habe einen assist spendiert bekommen die granate hat mich noch erwischt links neben dir ist einer also oder ach nee das war ein teamkamerad was habe ich heute probleme teamkameraden um zu unterscheiden da läuft doch irgendetwas verkehrt sehr gut sehr gut sehr gut ich muss aber sagen dieses dieses visier dass ich jetzt habe da was für euch wurde gerade irgendwie in eine vollkommen falsche richtung gepusht das visier dass ich jetzt gerade auf mein gewehr drauf geschraubt hat das schaut ein bisschen albern aus muss ich ja zugeben es schaut albern aus ja es ist halt es ist halt kein kein ultra zu visier okay sondern einfach so was wird es sein dreieinhalb fache dreieinhalb fache ist aber stellenweise recht angenehm liegt mal die bombe ja sehr gut der ist außen das außen und schmeißt granaten hier rein oder halt geil läuft lebt so muss das so muss das das letzte jetzt war schon echt knapp das mal das also das vorletzte mal das letzte mal so an sich jetzt gerade die die jetzt davor halt weißt du schon was ich meine die war easy going aber der steht da genau gegenüber den haben wir mitgenommen ich spendiere euch mal was ja den habe ich platziert die bombe und installiert den haben wir mitgenommen und aus über die mitte einer kam von außen ja das lief doch ich bin die ihnen jetzt hier nochmal was ich bin immer gerne mit sehr gut machen wir ordentlich punkte über den skills things ja wenn ihr jetzt noch ordentlich kids macht dann passt das schon dann ich bin down echt shit ja da liegt meine leiche hast du da gerade leichenbeschändung betrieben nein ich habe die suche zerstört das habe ich schon gesehen das habe ich schon gesehen ah fuck 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 ich glaube ich brauche jetzt auch mal wieder die assault rifle meine SCAR jetzt müssen wir verteidigen wenn wir gut verteidigen dann bleibe ich doch nochmal bei meiner L11 äh L11 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 ja nice aber auf der map finde ich macht ähm ähm Zerstörung halt auch echt Spaß das stimmt ich finde auf diesem wie heißt das Zug oder so ja die Station Station macht es halt echt überhaupt keinen Spaß irgendwie Doppelkill sehr schön so den brauche ich jetzt leider mal für mich allein der Doppelkill ne ne den den Doppelkill behalte ich für mich mein mein Radar war ich schon war ich schon war ich schon sonst teile ich den ja auch echt immer gern ja 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 der steht hier vorne ja und ich hat er noch mitgenommen ja nice ja ich brauche mal einen Tipp aus der Community wie ich denn die Rauchgranaten weil ich die jetzt eigentlich ganz gern einsetze weil die halt auch ultra sinnvoll sind also sinnvoller als die Blendgranaten finde ich bloß ich muss immer erst die normale Granate werfen und jetzt hätte ich mich grad fast mit der normalen Granate gekillt selber äh das kannst du über wenn du zweimal äh wenn du auf 4 drückst dann nimmst du die Granate in die Hand und wenn du nochmal auf 4 drückst dann wechselst du die Granate durch das ist genauso mit dem Scrollen also du kannst auch durch scrollen die Granate ändern es ist zwar keine Schnelltaste tot übrigens der kommt über die Mitte auf B ähm das ist zwar keine Schnelltaste aber so kannst du zumindest äh dir die Granate aussuchen sonst wirft er standardmäßig die die äh Sprenggranate die HE ok die sind alle auf B shit 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 ah ok gut musste ich jetzt nicht besonders viel machen aber immerhin es hat gereicht ich bin an der Pole ich bin an der Pole Position wollte ich da nochmal hinzufügen nice wenn wir die Runde gewinnen haben wir gewonnen ach ach scheiße 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 ich bin da wo kommen sie äh die kommen in diesem Tunnel in diesem langen warte mal ich guck dir mal zu dann kann ich dir sagen musst du sie äh ich weiß schon welches meins da war siehst du siehst du jetzt was ich meine mit äh das Visier schaut ein bisschen lächerlich aus ja ach shit das äh tatsächlich sieht echt ein bisschen lächerlich aus aber das von Evolucis sieht auch ziemlich lächerlich aus muss man auch mal ganz ehrlich sagen ich finde die Visiere sehen ich weiß nicht ob das Perspektive ist oder irgendwas aber die sehen alle so riesenklobig aus irgendwie so überhaupt nicht wie eigentlich so ein Visier ausschaut weil die sind ja nicht so das ist ja ein halber Bildschirm irgendwie bei dem jetzt und diese holodinger die sind ja wirklich ziemlich klein eigentlich so was ich so bisher an echten Waffen gesehen habe ja ja also ja keine Ahnung das ist wahrscheinlich boah keine Ahnung ja eine Mischung aus Perspektive und äh einfach irgendwie mal was hin ja hier doch mal seinen Skill-Sync machen ey der andere der hat doch hier die Stufe 2 schon erreicht von seiner von seiner Drohne oh ne die hätte ihm jetzt den Arsch gerettet ja ja und der andere der andere geht vollkommen in die falsche Richtung oder ne ne der ist schon richtig da der hat auch sein Nanobill verwendet oh scheiße naja müssen wir nächste Runde gewinnen nächstes komm sterben wir mal äh da geht nichts mehr hahaha ich brauche auch mal für die AK auch mal ein neues Visier ein weil das weiß nicht das ist schon ganz gut aber oh oh super ok die sind alle in der Mitte ja ah fuck ich wusste doch dass er da steht das war jetzt auch ganz schön dumm also glaube ich noch Erster bin das ist ja ah shit 12 HP ja es sind nur noch 2 ihr sollt sie drücken oh shit naja ich hab ihn ganz leicht gesehen ich hab ihn ganz leicht gesehen ah ah ne wie gesagt da fehlt mir echt noch so ein bisschen die Routine wo du wo du echt hin zielen musst ok einer gegen eine einer gegen eine einer gegen eine schauen wir mal der sollte vielleicht auch mal kriechen na oh Gott sei Dank läuft Gott sei Dank yes sehr schön die Wind sehr sehr schön ja das hat mal auch Spaß gemacht war jetzt noch mal ein bisschen längere Folge wieder aber da auf der internet macht es auf jeden Fall Laune und wir haben ja schon länger keinen Zerstörung auch mehr gezeigt so ist es das ist wahr yay dann vielen Dank fürs Zusehen ja und wir sehen uns morgen wieder so schaut es aus ciao ciao